Ryan Gardner, 4 zu 1 Sieg bei der Rückkehr ins Hallestadion. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Ja, meine Mannschaft braucht Punkte und wir haben das geholt und das ist das Richtige. Und wir brauchen einen Sieg und wir haben das gemacht heute. Ich weiss, die Frage wird wahrscheinlich immer gestellt, aber ist es speziell für Sie, hier zurückzukommen? Ja, es ist immer speziell. Ich habe drei Jahre erlebt hier, eine super Zeit. Die Meister-Tilt Champions League und die Victory Cup gewonnen. Es waren drei super Jahre. Aber jetzt bin ich in Bern und alles geht für Bern. Die haben eine schwierige Zeit und jetzt Zürich, aber ich hoffe, es wechselt für meine Freunde von letzten Jahren. Genau, Sie haben es gehört, bei Bern läuft es wieder. Sie haben drei Siege im Volk geführt. Ist Bern jetzt in dieser Mannschaft angekommen? Ja, ich hoffe ja, aber die Tore kommen nicht so einfach jetzt. Und wir müssen weiter kämpfen und besser sicher 60 Minuten spielen. Heute hat das zweite Rundervoll nicht so gut so. Wir müssen ein paar Sachen andere machen und weiter kämpfen und sicher jedes Spiel besser werden. Brian Garner, bei dem unterhalb viel Erfolg und danke für die Sendung.